Wartet Leute, nicht wegklicken! Ey, ich hab euch fett verarscht, Alter. Guckt euch mal den Typen an. Entschuldigen Sie Sir, ich hätte kurz ein paar Fragen an Sie. Was machen Sie in meinem Haus? Sie sehen mir nach einer der Kandidaten aus, die schon immer viel Geld verdienen wollten. Ja, ja schon, aber was machen Sie in meinem Haus? Und ich gehe mal davon aus, dass gute Unterhaltung bei Ihnen auch nicht viel an Platz ist, oder? Ja, naja, okay, ich muss sagen, auch das trifft zu, aber was machen Sie in meinem Haus? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie noch einen guten Körper dazu haben können... Okay, jetzt haben Sie mich. Ja, ja, okay, auch das ist richtig, ja. Dann sind Sie hier genau falsch! Wird. Wenn ich Ihnen eins empfehlen kann, dann besuchen Sie nicht in Scope 21. Sie werden verblöden, verdummen oder, noch schlimmer, Sie bekommen das Wahrscheinlich-Syndrom. Ja, wahrscheinlich!